Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben 50 Silber bekommen, die wir uns teilen müssen. Nicht proschiert. Es ist nichts passiert, ja, ja. Ein proschiertes Lammfilet. Hättest du jetzt gerne? Ähm. Ähm. Ich koche, nein. Du hast morgen wieder Probeglasur. Kenn nicht zu McDonalds. Oh, bitte. Und Scooby hat sich nicht rasiert. Seit Ewigkeit nicht. Hier sind wir bei Level 70. Das ist schon irgendwie motivierend. Das geht schon in Richtung, man hat schon ganz schön was hinter sich. Ja, das stimmt. Man ist jetzt so im Projekt drin und ist daran aufgegangen. Ja. Ja, was, ja. Hättest du sonst sagen sollen. Oder? Nee. Ja, es ist so, ähm, schon richtig so ein Dauer-Ding, ja. Es ist ein Dauer-Renner-Brenner. Man hat schon so eine Hausnummer an Parts zu sagen. Oh, amerikanische Hausnummer, das hören wir schon. Hello? Die wollen auch, ob sie die Ankriegsperlen haben? Okay, kann sagen. Hast du bei denen jetzt abgegangen? Ja. Ich auch. Aber so, brain of, klar. So, dann holen wir uns mal ein paar Leichen. Ich liebe es, wenn du sowas sagst. Du liebst, wenn ich sage, jetzt machen wir ein paar Leichen. Besser als Babys zu machen. Seriously. Komm, ich traufe an mit wem. Ich hab doch recht. Wie kann ich euch helfen? Flagge des flüssigen Feuers. Oh, das ist auch. Burn, burn, burn. 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 Unter Wasser verwandt. Ich fand's nicht. so die töten, die Tüten müssen wir auch töten das dreht immer noch auf ein nice job Oh, lieber schon mal wieder DBS gehen, da braucht man nicht noch einen Bewohner Ein Bewohner? Nein, Bewohnerbewohner, gleich Also ich hab's davor Ich hab's davor Gehen wir mal dieses QS hier ab. Damit wird wohl das Lager hier gemeint sein. Kannst von aus gehen. Ich sitze bereits auf einem Reiz, ja. Ach man muss mit dem Viech machen, ach shit. Wer ist das QS? Das heißt? Und nun? Wie seht ihr das? Das Heer hat er vorher auch schon gemacht. Das heißt, die überfallende Karawane. Was ist denn jetzt hier die Frage? Inspektion des Lagers. Da muss es ja abbrechen, damit man da wieder drauf kommt. Oha. 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 Wollt ihr irgendwas machen? Bei mir fliegt dann ein Kurs jenseitsvoll lustig und aberwitzig. Und da geht es ab in die Tiefe. Wenn sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können mit dem Rand. True. 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 Die seltsamsten Freundesanfragen auf YouTube. Konisch. Oh, what the fuck. Sieht ja aus wie Killed Schaden. Wo sind welche nur gelandet? Da bauen die sich ihr eigenes Tor oder was? Und auch diese Statuen sind da. Gescherviert. Ach so, so ist vielleicht Killed Schaden mit der Armee überhaupt erstmal auf diese Welt gekommen. Obwohl, das musste er eigentlich nicht machen. No, we're on. Da ist ein Pit Lord. We're on. Geschwister auf. Guck. 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 Ja, aż jäger. Wohin, drei Spiele. Da war noch ein, Heidensgeschehen, wow. Oh. Okay. Uhm, hm 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 hm. Ah, ich werde jetzt da. Nope. Vielen Dank. Oh shit. 734 ist fast, ne? Jetzt nicht feilen lassen, brauche ich. Nicht feilen lassen, brauche ich? Feil lassen, brauche ich den Geist. Na, sag mal so. Könntest du mir immer noch so resten? Jetzt nicht mehr, wo ich im Kampf will.